Hey und damit herzlich willkommen! Hier war der DJ... Der neue Out-of-Bad-Look. Geile Haare, die überall zur Seite stehen. So als wenn man gerade aufgestanden wäre. Na ja, kommen wir nun zum Thema heute. Und zwar habt ihr ja gemerkt, gestern Dienstag kam kein Video raus. Woran das liegt, kann ich euch mal kurz erklären. Ich hab ja eigentlich vor jedem Dienstag ein Video rauszubringen. Nur leider war ich Montag und Dienstag auf einer Fortbildung. Und zwar Musik und Tanz auch im Sitzen. Oder Tanzen zu Musik auch im Sitzen. Und deswegen kam ich erst gestern spät abends wieder. Und konnte daher das Video, was ich schon aufgenommen hatte, für Kochen mit dem DJ, diesmal zwar Backen mit dem DJ, konnte ich leider nicht schneiden und nicht mehr online bringen. Und das heißt, das wird dann die nächsten Tage irgendwann folgen. Das nur so als kleine Info nebenbei. Und ich kann nur sagen, das Seminar war richtig top. Und die Dozentin, die das geleitet hat, war auch richtig top. Und das Team, halt die anderen Leute, die mit auf dem Seminar waren. Wir waren glaube ich Schürzen. Die waren auch richtig cool und wir hatten zwei schöne Tage. Und ich konnte sehr viel mitnehmen aus dem Seminar, was ich dann in meiner Arbeit umsetzen kann. Weil es geht jetzt nicht hier um YouTube, weil da mache ich ja nicht viel mit Tanzen. Und das war auch eher auf meine Arbeit bezogen. Halt auf die Menschen, mit denen ich arbeite. Und ja, da werde ich das dann versuchen umzusetzen, soweit es geht. Und ich freue mich schon richtig drauf, mit denen zu uns tanzen zu können. Und das, was ich halt im Seminar gelernt habe, wie man so eine Tanzstunde gestaltet. Und wie man das Ganze einführt. Und wie man die Ziele setzt, das Ganze umzusetzen. Naja, man sieht sich dann bis denne, euer DJ.